Razzia gegen eine mutmaßliche Terrorzelle. Zeitgleich stürmt die Polizei am vergangenen Mittwoch Gebäude in sechs Bundesländern. Ihr Ziel, eine Gruppe von Rechtsextremisten, die Anschläge geplant haben soll. In Berlin im Fokus der Ermittler Carsten R., aktenkundig wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nachfrage am Tag nach der Durchsuchung. Die Spuren des SEK-Einsatzes sind an der Haustür noch deutlich sichtbar. Guten Morgen, wir würden gerne mal über die Vorwürfe gegen Sie sprechen. Sie sollen Anschläge geplant haben. Im Internet machte Carsten R. aus seiner Militantengesinnung keinen Hehl. So schrieb er auf einem Portal im letzten Jahr, Zitat, Neben Carsten R. bestand die mutmaßliche Terrorzelle der Bundesanwaltschaft zufolge aus fünf weiteren Mitgliedern. Darunter Anhänger der rechtsesoterischen und Reichsbürgerszene, inklusive zweier selbsternannter Druiden und Hexer. Burkhard B. 66 und Timo B. 51. Die Beschuldigten stehen in Verdacht, sich zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen zu haben. Ihr Ziel soll es gewesen sein, bewaffnete Angriffe auf Polizeibeamte, auf Asylsuchende und auf Menschen jüdischen Glaubens zu begehen. Kopf der Zelle ist den Ermittlungen zufolge Druide Burkhard B. Keineswegs ein harmloser Spinner. B. will den deutschen Staat abschaffen. Die Polizei führt ihn intern als politischen Straftäter. Auf dem in rechten Kreisen beliebten sozialen Netzwerk vk.com nennt B. sich Burgos von Buchonia. Eine Hommage an seine angeblich keltischen Wurzeln. Unzählige menschenverachtende Posts auf seinem Profil dokumentieren seinen Judenhass. Entfernt werden die Beiträge auf dem russischstämmigen Portal nicht. Auch wenn B. darin zum Mord aufruft. Riez-Neuendorf in Brandenburg. Hier wohnte der festgenommene Druide Burkhard B. zuletzt im Haus seiner Lebensgefährtin. Um 6 Uhr stürmt ein Einsatzkommando am Mittwoch das Gebäude, verschafft sich durchs Fenster Zutritt und nimmt den Beschuldigten fest. Auf dem Grundstück finden die Ermittler über 1000 Schuss Munition sowie eine Reichskriegsflagge. In der Nachbarschaft will man von B.s Gesinnung nichts gewusst haben. Dass der sehr rechtsradikale Ansichten hatte, das hat man nicht mitbekommen. Wie wollen Sie das wissen? Rechtsradikale Ansichten haben Sie ja dann schon, wenn Sie irgendwas sagen, was nicht in Ordnung ist. Naja, aber er postet, dass alle Juden sterben sollen. Das ist schon ein bisschen heftiger. Wo soll ich... Glauben Sie das nicht? So vom... Nee. Offen rief die Gruppe im Netz zum Kampf gegen das System. So schrieb Carsten R., Androide Burkhard B. alias Burgos von Buchonia, Versorgt uns mit Waffen und ausreichend Munition und ihr werdet Zulauf haben, der in die zigtausende gehen wird. Verfassungsschützer beobachten in sozialen Netzwerken eine zunehmende Organisation des Reichsbürgermilieus. Eine Szene von Verschwörungstheoretikern, die an den Fortbestand des Deutschen Reiches glaubt. Man bekommt das Gefühl, ich bin ja nicht allein auf der Welt, sondern es gibt ja ganz viele andere noch. Und so vernetzen sich offensichtlich diese Leute, die sich ursprünglich überhaupt nicht grün waren, die sich auch voneinander abgegrenzt haben, in den letzten Jahren immer mehr. Das zeigt sich auch zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder auch in anderen Ländern, wenn zu bestimmten Ereignissen 100, 120, 150 Leute zusammenkommen. Das hat es früher nicht gegeben. Das ist eine Entwicklung, die wir ganz neu sehen. Und das ist auch etwas, was uns sehr aufmerksam werden lässt, dass man jetzt doch eher in Gewalterform auftritt. Druide Burkhard B. erregte zunächst durch sein bizarres Auftreten Aufsehen. In einem selbst gedrehten Video inszenierte sich der Neugermane in mittelalterlicher Fantasiekleidung in der Fußgängerzone von Schwetzingen. Am vergangenen Mittwoch durchsuchte die Polizei hier eine Wohnung in diesem Mehrfamilienhaus. Sechs Jahre lang wohnte der ehemalige Versicherungsvertreter in Souterrain. Margarete Henkel, die Eigentümerin, ist nicht gut auf ihren früheren Mieter zu sprechen. Der Druide wollte die Rentnerin politisch bekehren. Er hat einmal angefangen, was seine Meinung ist. Und dann habe ich gesagt, höre Sie, ich bin Christ, ich lese die Bibel und bete, ich habe mit solchen Dingen nichts zu tun. Lassen Sie mich in Frieden. Er hat mich nicht mehr angesprochen. Was war denn seine Meinung? Dass er eine Meinung hat, dass er seine Dominanz rüberbringen will. Dann habe ich gesagt, ich möchte damit nichts zu tun haben. 320 Euro Miete kostete die Wohnung. Gerade mal 400 Euro bekam Burkhard B. als Rente. 15 Monate lang überweist er Margarete Henkel keinen Cent. Es kommt zum Eklat. Schlimm. Was hat er denn gesagt, warum er keine Miete mehr bezahlt? Weil er kein Geld hat. Ich habe gesagt, das geht nicht. Und ich habe gesagt, er soll gehen. Er hat gesagt, er hat keine andere Wohnung, er hat keine Bleibe. Und wo soll er mit dem viele Sachen hin? Ich habe gesagt, das ist ihr Angelegenheit, nicht unsere. Das geht nicht. Die Rentnerin kündigt dem unliebsamen Mieter. Im September vergangenen Jahres verlässt Burkhard B. Hals über Kopf die Wohnung und taucht ab. Und das hat er noch dagelassen. Das muss er noch holen. Da ist noch Wein und sein Fernseher. Im eichenfurnierten Wandschrank die Reste seines esoterischen Schaffens. Kräuter in Einweggläsern und Federn. In einem Internetvideo präsentierte der radikale Reichsbürger seine heilerischen Fähigkeiten. Mit viel Qualm und Hokus-Pokus. Ich benutze Kräuter, um damit Menschen zu helfen, mir selber zu helfen. Ich kann damit beruhigen. Ich kann damit aber auch genauso gut Kraft spenden. Ich kann damit reinigen. Immer mehr von dem ursprünglichen, zivilen Leben rutscht. Immer mehr in das Vergessen. In der Schwetzinger Wohnung hängt der Druidenmantel noch im Flur. Propaganda-Hefte liegen auf dem Küchentisch. Und noch immer rätselt die Vermieterin über konspirative Treffen. Er hat Besuch bekommen und meistens sind die nachts gekommen und sind auch wieder früh fortgegangen, gegen Morgen, sage ich mal. Und wenn sie länger da waren, dass es ihr Ehepaar oder mehrere waren, mehrere Tage, dann habe ich sie auch tagsüber gesehen, weil ich dann das Auto draußen gesehen habe, vor unserem Hoftor. Aber sonst keine Verbindung weiter. Die meisten Anwohner hielten Burkhard B. zunächst für einen schrulligen Spinner. Auf einem Feld bei Brühl meinte der Sonderling, eine okkulte keltische Stätte entdeckt zu haben, legte einen Steinkreis an und gründete einen Förderverein. Doch nach Hetze gegen Juden warfen ihn die Mitglieder raus. Trotzdem tauchte B. immer wieder dort auf. Eine Nachbarin. Der Droide hat Steine gesammelt und hat die Steine aufgetürmt. So groß, klein, immer kleiner mit seinem Hund. Und das hat er wochenlang, monatelang gemacht. Und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Waren da andere Leute auch noch bei? Keine andere. Nur er mit dem Hund. Was haben die Nachbarn denn gesagt hier? Dass er nicht mehr ganz normal ist. Dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Und die Gemeinde hat das dann unterbunden. Hat gesagt, das geht nicht. Und dann ist das alles zurückgebaut worden. In der Polizeidatenbank ist Burkhard B. als Reichsbürger erfasst. Im Schwetzinger Rathaus wusste man davon nichts. Dafür hat die Stadt fast täglich mit anderen Reichsbürgern Ärger. Wenn die mal ein Bußgeldbescheid bekommen, dann anerkennen sie den nicht. Dann geht es seinen normalen Weg, auch mit dem Rechtsmittelverfahren. Und ansonsten schicken sie uns so alle paar Wochen lange Pamphlete an alle Faxe auf der Dienststelle, wo sie uns erklären, dass die Bundesrepublik nicht mehr existiert. Und die ganzen Begründungen, die man eigentlich kennt, dann auch mitliefern. Das melden wir natürlich dann auch den Behörden, auch dem Verfassungsschutz. Bundesweit zählen die Behörden rund 10.000 Reichsbürger. Seit Ende letzten Jahres ist die Szene offiziell Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Auch wegen steigender Gewaltbereitschaft. Im Oktober tötete Wolfgang Plan in Bayern einen SEK-Mann, als die Polizei in sein Haus eindrang. Der Reichsbürger hatte 31 Waffen im Haus gelagert. Plan erschuf sich sein eigenes kleines Reich. Gelbe Linien auf seinem Grundstück markierten die hoheitlichen Grenzen, samt eigener Flagge. Auch im niedersächsischen Diekholzen ist man der Überzeugung, die Bundesregierung sei nicht legitimiert. In der Welt von Norbert Schittke führt nicht die Kanzlerin, sondern er die Geschäfte. Meine Betitlung, die ist Reichskanzler der Exilregierung, Deutsches Reich. Und ich bin auch noch Prinz von Hannover und Prinz vom Haus Winter. Dann sind Sie ja Thronfolger auf dem englischen Thron. Das haben Sie recht bemerkt. Und noch ein Beispiel. 2012 lässt sich dieser Herr aus Wittenberg zum König krönen. Peter Fitzek alias Peter der Große. Skurril, aber kein Scherz. In dem Bestreben, den Deutschen nach über 60 Jahren wieder eine Heimat in wahrer Freiheit zu geben, schaffen wir freien Männer und Frauen heute hier einen neuen deutschen Staat. Sein sogenanntes Königreich Deutschland gründet der gelernte Koch auf dem Gelände eines alten Krankenhauses. Samt eigener Bank, Währung, eigenem Führerschein und dazugehörigen Kennzeichen. Und weil auch Reichsbürger mal krank werden, gibt es auch eine Versicherung. Inzwischen ist Fitzek im Gefängnis. Seit drei Monaten muss er sich wegen Veruntreuung von 1,7 Millionen Euro von Anlegern seiner Reichsbank verantworten. Doch der Souverän bleibt souverän. Ich weiß ganz genau, dass meine Unschuld am Ende feststehen wird. Und deswegen bin ich ja hier, um das mal feststellen zu lassen. Das ist insgesamt eine sehr heterogene Szene. Nach wie vor ein Teil der Reichsbürger ist tatsächlich im Rechtsextremismus zu verorten. Ein anderer Teil ist Selbstverwalter, also Leute, die sich eigene Reiche, eigene kleine Königreiche auch schaffen. Aber diejenigen, die aus dem Rechtsextremismus kommen oder dort angesiedelt sind auch, die wollen tatsächlich das Deutsche Reich in der alten Form zurückhaben. Hängen auch nationalistischen Tendenzen nach, sind rassistisch, ausländerfeindlich. Zurück zur mutmaßlichen Terrorzelle. In einem Reihenhaus im Badischen Brühl nehmen Fahnder am Tag der Razzia einen weiteren Mann fest. Den Ermittlungen zufolge ist Timo B. nicht bloß ein schräger Kelten-Fan, der gerne mal kostümiert vor der Kamera posiert. Bei der Durchsuchung seiner Garage werden die Beamten fündig. Sie entdecken Schwarzpulver, eine Schussfalle, Magazine, eine Pistole und mehrere Molotow-Cocktails. Mit gefährlichen Stoffen kennt sich Timo B. offenbar aus. Er arbeitet bei einer Firma, die Chemikalien kontrolliert. Versuch einer Nachfrage bei der Ehefrau. Er kommt von SPIEGEL TV. Wir wollten ein bisschen was zu den Vorwürfen gegen Herrn B. Recherchen von SPIEGEL TV ergeben, der mutmaßliche Anführer der Gruppe, Burkhard B., suchte bundesweit nach Unterstützern. Im Frühherbst letzten Jahres taucht er in Sachsen-Anhalt auf. Die Polizei ist ihm da schon auf den Fersen. Er wird observiert vom LKA. Regelmäßiger Gast war B. auf diesem abgelegenen Gutshof in Querfurt bei Halle. Der Plan? Gemeinsam mit Hofbesitzer Karl-Heinz Anders und weiteren Mitstreitern aus der Reichsbürgerszene wollte B. auf dem Gelände ein autarkes Wehrdorf errichten. Eine befestigte Siedlung in Selbstverwaltung. Fernab staatlichen Einflusses. Stefan lebt auf dem Hof von Gutsbesitzer Anders. Der Widerstand gegen das System beginnt bei der Anrede. Wenn du Herr zu mir sagst, dann bist du mein Diener. Also die Ansprache Herr ist nicht besonders schlau. Das heißt, wie kann man Sie ansprechen? Ich sage einfach, hey, dann werde ich mich umdrehen, dann werde ich dir vielleicht meinen Namen sagen, vielleicht auch nicht. Vielleicht sage ich auch einfach nur, ja, hallo, hey, wie geht's dir? Und dann kommt man in den Austausch. Und dann, wenn man da ist, dann ist man eigentlich auf Augenhöhe. Aber wenn einer Herr sagt, macht er den anderen ja höher und sich selbst niedriger. Bei der Razzia gegen die mutmaßliche Terrorzelle am Mittwoch war auch der Hof im Fokus. Alles. Sie haben hier alles durchsucht, was als Räumlichkeiten, also die halbe Scheune, da wo die Tür auf ist, darüber, dann diese Gebäude bis da wo dieses Dach da anfängt, diese Durchfahrt. Und was haben Sie gefunden? Im Grunde nichts. Aber da wurde doch eine Schusswaffe gefunden. Ja, das muss Ihnen der Herr anders genau erklären, das weiß ich nicht so genau. Es handelt sich wahrscheinlich um so ein ganz kleines Teil da und um so ein Elektroschock-Taschenlampe. Soll in Deutschland verboten sein. Die beschlagnahmte Waffe gehört Gutsbesitzer anders. Wir wollen mit ihm sprechen. Nachbar Stefan muss ohnehin noch ein Paket vorbeibringen und stellt den Kontakt her. Nachfrage bei Karl-Heinz Anders zur Razzia und seinem Verhältnis zum Droiden Burkhard B. Da ich mit ihm befreundet bin, wenn er auch öfter mal hier war, bin ich damit im Raster drin. Da geht es um die Gründung einer terroristischen Vereinigung. Ja, genau richtig. Wissen Sie da was drüber? Nein, der B*** ist halt sehr radikal und deswegen habe ich mich auch von ihm getrennt. Also ich sollte mal hier mit, wir wollten ja ein bisschen eine Gemeinschaft gründen. Aber das darf ich noch mal Abstand genommen. Aber er war ja öfters hier. Ja, ja, er war öfter hier. Am Anfang war das auch noch relativ human, aber er übertreibt die Sachen, das ist mir zu gefährlich. Seit der Durchsuchung hat Gutsbesitzer Anders weder Handy noch Computer. Alles beschlagnahmt. Bei mir wurde auch eine Waffe gefunden. Die habe ich zu meiner Verteidigung, gucken Sie mal hier drüben. Wir haben jede Menge Wild, die kommen hier immer rein, Wildschweine, brechen wir einen Zaun durch. Haben Sie einen Waffenschein? Nein, ich habe keinen Waffenschein. Ich habe die Waffe zu Hause noch gehabt, zu meiner Verteidigung. Aber dass das strafbar ist, wusste ich nicht. Sonst haben Sie mich dann darauf aufgeklärt. Im Terrorverfahren ist Anders nur Zeuge. Ermittelt wird aber wegen der Waffe. Die Druiden Burkhard B. und Timo B. bleiben dagegen in Untersuchungshaft. Ohne Schwert und Steinkreis.